Heute in der Silvesternacht 2018 auf 2019, Nadeges in Frankreich, die Freunde in Haltern tut sie nicht viel, der Radl-Indianer will mal auf die Halde Tetraeder und sich das Feuerwerk-Spektakel von oben angucken. Und weil das auch relativ warm ist, habe ich gedacht, dann kann ich eventuell sogar wieder zurückradeln über Rellinghausen. Mal sehen, was der Abend bringt. Na, aber Entschuldigung, komme ich zur Halde da, die Richtung, wo die Tetraeder oben drauf ist? Ja, genau, da. Die Richtung? Alles klar, danke. Guten Rutsch, ne? Entschuldigung, da müssen wir an der nächsten Ampel kommen. Ja. Nächste Ampel links? Links. Okay, alles klar. Guten Rutsch, ne? Oben drauf kann man leider nicht, Tür ist zu, aber so schon geil. Geiler Blick ins Ruhrgebiet. Ich gehe, schon. Oke. Alles klar, bis zum Hüte. Alles klar. Ja. Das ist egal. Der Rutsch, der Rutsch, der Rutsch, der Rutsch nicht trot, wie es Der Rutsch, der Rutsch ist es, wenn ich schon gar nicht Der Rutsch. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Mein Navi schickt mich immer geradeaus. Das ist Richtung Osten und das ist gut, das ist richtig, weil da liegt Rettlinghausen. Ah, ich stehe hier, warte mal, Fahrradweg, Zoom-Erlebniswelt, Halde, Sutum, alles nicht das, was ich will. Gelsenkirchen, Buur at night, people are at home. Jetzt nochmal so eine eher verlassene Passage, irgendwie geht es durch den Wald. Ich schätze mal, es ist so halb zwei und im Zentrum von Härten gibt es immer noch die letzten Raketen-Kits, Baller-Kits. Fand ich aber süß, er erschoss diese kleinen Leuchtkugeln ab und rief dabei, Expelliamos, Harry Potter. Das ist ziemlich eindeutig Reckenhausen. Na, ich will doch mal gucken, ob ich in der Innenstadt irgendwo noch ein Bierchen bekomme. So, es ist jetzt irgendwie um drei Uhr umherum. Das reicht doch. Ich fahre nach Hause, ich habe auch noch einen Weg vor mir. Aber das ist Bahnhof Reckenhausen. Auf Englisch heißt es ja Die Hard. Ha, nein, Quatsch. Einfach immer weiter strampeln. Es geht bergauf, es geht bergab, es geht bergauf, es geht bergab und irgendwann kommt man an. Ich bin zurück in Haltern am See. Und ich muss mal sagen, also der Radl-Gott war heute Abend mit mir, weil ich hatte fast die ganze Zeit Rückenwind. Guck mal, hier bei Stefan Münch, da sind immer noch Leute. Mal reingucken. Fünf Uhr. Stefan und Jairi, 2019. Wünschen dem Rest frohes Jahr. Und so ein Scheißerwünsche für euch.